Ja, sehr wichtig. Ich glaube, die Pünks sind sicher wichtig, aber jetzt, heute, geht es nicht nur um den Pünks, es geht wirklich wieder mal ein Sieg gegen einen grossen Gegner. Derby wissen wir, es ist immer etwas Spezielles und es tut uns extrem gut. Es tut auch alle Fans, die heute angekommen sind, gut. Ja, es ist ein Sieg, der wirklich in einem guten Moment kommt. Jetzt sind es zwar wieder keine drei Punkte, aber ich denke, die zwei Punkte nimmt ihr so auch. Was ist das Ziel jetzt? Ambrin noch angreifen, um vielleicht Vorletzter zu werden und mit einem guten Gefühl dann in die dann wirklich heisse Phase zu gehen? Ja, sicher. Ich glaube, schon bewusst, dass wir die Playoff nicht mehr langen würden. Klar, wir wollen es aufholen, wenn möglich. Ambrin ist nicht weit weg. Und dann, ja, es geht darum, dass wir in Form sind in einer Zwischenrunde. Und ja, es sind noch zehn Spiele, die uns übrig bleiben. Wir sind hart am Trainieren und wir schauen, dass wir dann wirklich topfett sind. Kurz nach zur Penalti. Alle haben verschossen, aber Ira war genau so gewollt. Ja, das ist so. Ich glaube, die letzten zwei, drei Penalti nicht getroffen. Ich habe mal etwas anderes probiert und ja, es ist aufgegangen und es tut mir auch gut.